Im Haus oder wo? Jaja, hier bei mir. Ich hab ihn. Bei dir. Die Farben sind übel komisch. 100. 100 nochmal. Zett. Mate kommt. Ist hinter unserer Wand. Hier, bei mir. Zwei, zwei, zwei. Full Peace. Einer hab ich Full Peace. Ich komme. 130 bei dir. Zett. Ich hab so viel Damage gemacht. Die Mk ist crazy. Die voll mit einer Combo mit der R. Oh mein Gott. Arbeiten, 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 Arbeiten. Habt ihr Knockt, habt ihr Knockt. Komm ja, wach, wach. Der Mate's Knockt da drinne. Er wird weg, er wird weg. Let's go. Das war der letzte. Ich mach ihn. Der klettert. Oh mein Gott, der killt mich. 50. 40. Klart nach. Komme. Ich mach Bombe. Wie es blieb. Tot, glaub ich. Hab ihn. No, ich bin auch tot. Ich lebe noch. 100, Cracked. 30, 30. Direkt neben mir. 50 wide, 50 wide. Auf den Astraskin. Das Spiel ist so witzig. Oh Mann, die jetzt wieder so kacke, hä? Der hat zum ersten Mal Goldie, so nice. Wie viele Goldies hast du? Drei. Ja, dann nimm den hier noch. Geil, danke. Ich geh hoch. Wir sind da, deine. Hab einen weghauen. Ich glaub, er ist dead. Ich bin auch dead. Hab einen, hab einen. Ich hab ihn so weggehauen. Der hat ihm auch ganz so ins Gesicht bekommen. Robin. Moment. Geht's da rein? Ja, ja. Er hat uns gielt. Geht hinten raus. Weghauen. Let's. Ohohohohoho. Der Mäht ist hier oben. Uuuuh. Digga, der Mäht. Der hasst das Spiel. Pass auf, der mit den Rockets. Maybe landet der noch ins Runde. Ja. Ja. Bist du dumm? Digga, also wirklich. Ist jetzt verloren, weil irgendwelche Leute mit MP irgendwo auf High-Ground kämen. Ich pushe jetzt den Hund. Kot. Das ist der, den ich meinte, der Camper. Der ist ein 2. Ein 5. Komme. Bin da. 100. 1. 1. 1. 2 gespielt. Ich dachte, du hast ein Gegner kurz. 50. 80. 100. Oh mein Gott. Wir können rein. Rakete kommt. Der blaue Crash-Bad. Auch noch nie gesehen. Ja, ich kann auch verstehen, warum man das nicht spielt. Ja. Ah, du hast den Gold, oder? Nee, du. Nee, ich. Achso. Ah, ah. Ich kenne mit Goldie. Mach das. Das ist der, den ich meinte. Den habe ich vor dem Rennen sehen. Deine Pulls ist schon vor. 80, der vor Impulst ist. Junge, nervt doch nicht. Ich komme mit Goldie Safety first. Das ist so unklappbar. Das fühlt mich jetzt nicht mit der SMG. Nein, 101, Kevin. Weil ein SMG durch die Wand gegangen ist. Warte, ist das 1, 1, 1, 1? Ja, 1, 1. Nee, nur du und einer. Ja. Ah, jees. 2020 Bomb. Nee, 22 Bomb. Geile Runde. Ja. Wenxst. Oh Oh Let's go 5 Kilowin Geile Runde Der Impuls Loucher im Late Game Wird so geil, man kann einfach Man ist einfach Jesus damit Also wirklich 71% Elite Let's go Richtig Der andere auch da Der andere ist noch, glaube ich Ich gehe rüber Da ist noch einer Ein Solo Er will mich snipen, lol Wo? Ja, vorbei Alle, alle gut Geil, Mann Tracked Nice Pinke, drei stride Hab ihn Nice Anderes Hochimpuls Tracked da oben Komme Hier stride Er fällt Dead Ich sehe das andere Team nicht Als die irgendwann hier sind Ich habe nichts gesehen Irgendwie Und vielleicht hat er ja so viele Spare-Mats Ich weiß nicht 80% Mit der Sniper Rocket Die Rocket, die sind hier Track Er ist sehr verrückt Noch einer 20% Ich komme jetzt auch zu dir Nice 130 auf einen Unter dir direkt Pass auf, unter dir zu dir Alles gut Ich meine kaputt Oh mein Gott Oh mein Gott War nicht gut Alles gut bei dir? Alles gut bei dir? Ja, ich komme hoch Ja, ich habe einfach nur komplett hoch gebaut Impuls, Achtung Ab nicht hoch Ey Rocket Der Rocket durch Track Track Ey, der ist ein Wichser Wirklich Robin Ja, aus der Lobby Das ist ein Content-Spieler Guck mal auf die Zahlen hinter seinem Namen Nein Hier ist der MK-Typ Der wird gerastet, glaube ich Du wirst sehen, wenn es geht Oder? Ne Pass auf Das ist der mit der MK, glaube ich Ich bin richtig ernst Das ist crazy Er hat mir gesleeft Hinter das Glaub ich Ich habe high Ich habe noch komplett high Ich habe ein bisschen connected Ab einen Kannst du kurz vorbauen? Ich bin quick Ja, ich bau vor Ich gehe ein bisschen runter Falls du gesleeft wirst, kannst du dein Ding springen Ich kann nicht stehen bleiben Ich habe 300 Mets noch Ich auch Die haben die Heavy Pump Ich connecte Ja 120 120 Nice Ich habe dich pieced Sorry Ich habe dich pieced Sorry Ja, der ist runtergekehrt Ich habe die Mets nicht Der 2nd ist für mich In dem Heavy Pump Unbedingt Okay, der ist eh am fighten Nein, der ist in den Zone am Heelaufen 40 Ich habe 3 Wände Ich bin auf fight Ich habe 100 Bin da Ich bin da Ich bin da Nimm nochmal So, ich bin zurück Geil Der kann nicht bauen, das Ich bin da hinten Kein Play machen will Heavy Pump Hast du einen Golden Ja, einen habe ich Ja Ich habe hier hoch Ich habe eine Wand Das ist egal, das passt ja Es ist nur noch Duo Duo, die in den Zone gerade fighten Ich müsste da aufschießen Du noch Duo Rocket Oh mein Gott Ich habe gesaved Ja, ich lebe auch noch Ich komme in den Zone Ich habe halt 0 Mets Ich habe 9 Oh mein Gott Track Track Let's go Digga, wie tryhard Digga Das war doch die stacktesten Runde, oder? Die stacktesten Rangt over Ja, safe, safe, safe Aber die war nice Aber 14 Kilo Die war ultra geil, die Runde Weil wir sind die einzigen in der Lobby Die wissen, wer das Spiel spielt Haha Und das müsste mein Champion Uprank sein Warte Boah, das wäre eine gute Runde Für ein Champion Uprank Fortfahren Ich bin Champion, Digga Let's go Endlich Junge, das war echt hart 22% direkt Ich habe Holz Unter uns Okay Das ist aber ein anderer Das ist nicht der, den ich vollen wollte Let's have one, have one Welcher ist der mit der MK? Ich habe den Der ist weg Track Ich sehe den links Der ist auf dem Holzhaus links Das war die Bots holen einfach, oder? Ich habe hier einen Knock Warte Achso Ich habe von dem neuen Team einen Knock Der Solo mit der MK kommt auch Ich komme Ich muss die Bots kurz holen Der ist da 30 weit Ich gehe durch Beckenpuls beide Auf ihn Undere Sniper von da hinten irgendwo Der mit der MK ist durchgezogen by the way 70 70 81 geschafft Wir können mit Raketen hinterher Willst du das? Ja, ja, hundertprozentig Dann kommt noch Gold in voll Ich land auf ihm Track Stark Es sind zwei Teams hier, ne? Pass auf Einer kommt bei mir Einer dead Er ist runter Es sind zwei bei dir Booker Hast ein zweier Team Let's have den Solo Einen du noch Einen du noch Einer 100 Ey, ich liebe es Wie ich wieder keine Wand bekomme In diesem Spiel Let's have den Booker Und der andere auch low Hast du noch ein Goldie für mich? Ja Let's have beide Ich bin so geil Er will ihn glaube ich rein auf jetzt, oder? Weiß nicht Doch, jetzt Aber der ist natürlich wieder 130 Er ist noch ein weiter runter, oder? 100 Er ist natürlich wieder ein Goldie Ja, voll Fokus auf mich Loser Zack Der ist geslipped Der ist one 80 weit Hab ihn Krass Ja, hat's auch ausgeslippt Wir haben einen Solo hier fallen Und die nächste hier Rocket aus der Zone Rocket aus der Zone Rocket aus der Zone 40 Ist das? Ach du kacke Das ist mir late Auf uns glaube ich sogar Auf uns glaube ich sogar auch Nochmal 70 Nochmal noch Noch im Tower Noch im Tower Okay, ich, ich bin kurz wieder Ich komme nicht so weit, leider Ich bin tot, hab geschützt Ich bin tot, hab geschützt Ich weiß nicht Oh, sorry Aber den Finish noch nicht Oder, hab ich den? Hab den Finish, jetzt hab ich den Finish Ja, den Finish kann gut Ja Als ob wir den nicht gefunden haben Der war oben, der hat den gar nicht mit runtergetriert Rocket kommt Ich glaube, hört, Achtung Abhacken Du bist runter, glaube ich, oder? Hab ihn? Hab ihn Die Zone geht zu uns Die Zone geht gleich zu uns Sehen wir doch Nochmal zu uns gleich Direkt wieder zu uns gleich Woher Ammo hast du hier? Äh, 280 Hier kommt einer 160 Oh, ich hab ihn Max gedrückt Hab ihn Ich geh runter für die Ammo Für die, ist hier Äh, ja Let's Bauen bin ich da Ammo auf Hab ich auch Cap Komm hier Ammo liegt Hinter uns haben immer noch eine Ich hab auch Mads jetzt Ich baue Ich connecte drüben Geil, machst du das Noch ein Win zum Abschluss Komm Und eine Training Bomb Ein Kill noch 500 Holz Hier liegt Holz Zack, der wird jetzt gesprayt Bis er nichts mehr hat Crack Minus 70 Jetzt wird er Er zittert Er zittert Er ist schon weg Beim anderen Das sind du? Nee Das sind nur Solos Der macht viel mehr Heal auf Voll dieses Junge Nervt der Ich nehme mich auf safe Warte kurz Ja Er hat Goldie Er hat echt viele Goldies Er hat Heal auf Ja Er hat gebaut Pass auf Rocket, was? Was? Loin Let's go 15 Kills, Digga Was hab ich gemacht? Let's go Der Beste in der Runde Heads 22 Kills Geile Runde, Chat Kuss, kuss, kuss 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 Kuss